Dann kommen wir da jetzt rüber. Aha. Na, hat die Hoffnung, dass ich es so schaffe. Nein. 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 erst mal das einsammeln das ist ja das große finale dann müssen die noch mal wieder ich bin da mal nicht gewesen das war ein krampf das ist die fächer wieder schön dass die sich alle gegenseitig besiegen das ist wohl der riesigste tag gewesen ach hier wieder das ding das ist zwar hier eine einzelne bereich aber okay Okay, let's make those hits. Okay, here we have a book and we will not have to meet again. Okay. Okay. Okay, let's get out of here. Let's get out of here. I have a idea what they can do here. Okay, let's get out of here. Hold on, nice. Let's get out of here. Let's get out of here. Okay, let's get out of here. Let's get out of here. Okay, let's get out of here. Let's get out of here. Okay, let's get out of here. So wird das nix, oder? So weit so. Wie? So weit so. 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 Was war hier? Was ist das Sofa anstellt? Nein. Nein. Das war's. Nein. Das war's. 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 Das ist glaube ich klar. Das war's. 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 Und hoff. Und hoff. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, come on. Der geht da nicht langer. Fährt dann wieder ganz drüber oder? Nein, nicht ganz drüber. Wir müssen nur das hier ausschalten können. Dachte ich. Wir dürfen keinen Mist mehr bauen. Der Schattenort. Sehr gut. Die Kaffeebecher. Die Kaffeeflisser. Die Kaffeeflöten. Der Schatten ist, der Dischanter. Das ist was die Hinschinen. Wir haben den Suck der anderen Dächter. Du bist nächstes. Stray, begrenzt Popias. Wief okay, suck ich. Schütze. Ich fütze mich mit ihm. Oh nein. Willkommen zurück in dem Bereich Das war nicht super Oh, die Schütze. Oh, jetzt steht der da. Jetzt kann man den da rüberschicken. Und kriegt der eine den anderen. Ah, jetzt kann der dann da rüber uns. Jetzt wird der Mann dann aufgehalten und dann verswiegen. Okay. Okay. Hmm. Hmm. Was steht denn dann daneben? Es wäre ideal, wenn der... Ich habe eine Idee. Ein bisschen umständlich, aber... Ich denke, wenn man ihn jetzt... So vielleicht... Und jetzt... Jetzt stehst du den nicht weg. Genau, da brauchen wir den. Oh. Nöööööö. Sehr gut. Wir müssen den Rest noch schaffen. machbar schwer aber machbar jetzt ist sehr schön und hier wird es knifflig rennen 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 und 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 Oh, der steht ja. Nein! So nah am Ende. Weihbix für ihre Checkpoints. Hier wollen wir hin, oder? Hier ist mal so ein Ding. Ich würde mir nicht sicher, ob wir da hin wollen. Ich würde mir nicht sicher, ob wir da hinlegen. Oh, die Schuhe nur an. 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 Oh, ich verstehe. Oh, das ist doch ein Ding dafür. Oh, das läuft. Mmm. Verdammlich. Einige Tote später. Einige unnötige Tote später. Alter, das ist auch hier eine Strecke. Oh, nö, bitte. So nah am Ziel. Das ist frustrierend. Das ist richtig frustrierend. Meine Freunde. Okay, das war zu früh. Das wird auch wieder nix. Das ist echt hardcore, diese Strecke. Oh, nö, nö. Seht ihr, wie nah das dran ist am Ziel? Ein paar Sekunden seit ein Sporn ist und... Aber so ein Hauch, so ein dunkler Hauch. Ein kleiner Sprung in die Freiheit. Was war denn das jetzt für eine Art Zone? Was war denn da? Untertitelung des ZDF, 2020